Hallo zu meinem Part Pokémon Platin. Heute werden wir mal den Bossers fragen von Team Galactic und versuchen zu stoppen mit seinen Angelegenheiten. Du bist also. Komm, ich nehme an, du hast meine Rede gehört. He he he, alles natürlich nur eine große Lüge. War insofern, als es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. In dieser neuen Welt wird nur mir selbst ein Platz bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommen perfekte Welt, die mir vorschwebt. Du hast meine Hand langer gesehen, eine Bärmliche. Du könntest dich selbst vor ihnen Nützlösigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit. Er ist spürbar. Es geht dir um Self, Torputz und Vesperit richtig. Du willst sie retten. Nun, mein Plan dienen sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie so unbedingt retten musst, dann bitteschön, tu es. Es ist mir eine... einerlei... oder nein, es würde mir sogar den Ärger entsparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen. Ich finde dich recht bemerkenswert. Was verbindet dich mit diesem Pokémon? Rein gar nichts ist es so. Und trotzdem bist du zu euren Rettungen geeilt. Doch warum? Nächste Liebe, Mitleider. Diese klärlichen, unnützlichen Gefühle, sie sind unlogisch und iraktional. Nur minderwertige Herzen wie Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nun hat sich diesen Zentimeter Zät mir in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzes Folgen geleistet zu haben. Das werden wir doch mal sehen, oder? Ich hab alle Erfolge halt, glaube ich. Ja, da können wir alle Tassen im Schrank. Ich kriege das mal hier in eine schöne Abbleibung. Was haben wir denn schönes? Mal Chessie nehmen wir. Die hat keine Schwächen. Also okay. Ist ne Wohl. Wenn wir euch wundern. Und eine Lichtkanone. Oh. Und das macht viel Schaden. Und der hat eine Beträglauer. Oh. Er heilt sich auch. Okay. Ist nicht schlimm. Dann machen wir eben nochmal eine Lichtkanone. Oder es reicht so. Wir haben ein Quid gebraucht. Okay. Ist das Bug? Ähm. Da kämpfen wir zu viel weiter. Bestellte ist das Bug. D44. Da sind wir langsamer. Also eine Antikraft. Um unsere Werte zu stärken. Und wir sind verpiftet. Da ist schon mal Werte umgestärkt. Und noch ein bisschen Heilung. Und wieder Clift. Und nochmal Antikraft. Und danach nehmen wir mal Ruheort. Und dann. Müssten wir. Sesspum. Vielleicht nochmal. Nee. Schade. Also wir sind auf alle Fälle nicht schneller. Aber ich heile mich vor. Vorher jetzt noch anders. Aber da heilt sich genauso. Ich glaube ihm Gift hilft jetzt nicht. Weil er wird hier wieder auf Gift zahlen gehen. Genau. Wenn er sagt, die anderen waren Luschen. Dann ist er auch einer. Ich glaube die anderen waren super schwerer zu spielen. Ich finde auch die Story von Pokémon Platin. Von Pearl und Garantina. Also das ist ja gerade das Spiel von Platin. Das ist eigentlich eine recht nice Story. Ich finde auch die beste eigentlich von Pokémon gerade. Gestorfen und nicht Spagget. Ich glaube 2 HP. Da mal eine Tüblinge. Oder okay. Das ist nicht so gut. Habe. Können wir gerne in den Kommentar schreiben. Was eure Lieblings-Story vom Spielen her ist. Von welches Pokémon spielen. Ich muss sagen. Vierte Gen ist bei mir. Und fünfte. Genau. Und einer Licht-Kanono. Und einer Licht-Kanono. Okay. Dann nehme ich mal Surfer. Ich weiß eigentlich egal was und was ich angreife. Weil beides müsste genauso viel Schaden machen eigentlich. Ja stimmt wir haben Not jetzt drauf. Also weil wir ja so wenig Kp haben. Wir haben so eine Fähigkeit wie Wassernot glaube ich heißt. Und dadurch sind wir stärker wenn wir auch verloren Kp sind mit Wasser packen. Also einmal heilen. Und jetzt eine Runde ist erlauern. Er bohrt mich aber nochmal frei auf. Und noch ein Surfer. Er war seine Lusche. Jetzt verstärke ich dich. Du bist wahnhaftig stark. Verstehe ich das. Und diese Stärke ziehst du aus den Zunangungen die du deinen Pokémon gegenüber befindest. Was für eine Verschwendung. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit bis das Ende sie für immer vernichtet. Dies ist der Grund aus dem ich jegliche Emotionen abgelehnt habe. Denn sie sind nicht als unnützliche Semitimitäten. Reden wir nicht mehr darüber. Du wirst mein Argument ohnehin nicht verstehen. Doch erkenn dich deinen Mut und deine Stärke an alle hergekommen zu sein. Nimm dies zur Belohnung. Aber den Meister war er auch mal. Es gibt keinen besseren Fall als der Meister war. Keinen Pokémon, den wir in der Wildersbegegnis kann, als sich entziehen. Wir nutzen es überhaupt nicht. Die Pokémon mache ich. Ich bin nicht von Freunden oder Partner wie ihr Trainer als Tod. Ich setze sie nicht zu meinen Zwecken ein, wie es andere von Team Galactic tut. Stattdessen mache ich mir die Kraft, der Pokémon selbst zu eigen. Wenn du die Pokémon der Seen rettest möchtest, dann nimm den Teleporter im anderen Raum. Ich begegne mich nun zum Karpel. Den Berg will ich erklimmen, um an seinen Spitzenmitteln meinen Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Okay, dann nutzen wir mal die Täter-Botter und retten mal alle Viecher, die hier sind. Oh. Wir spinnen. Hallo Leute, zu einem neuen. Ach, so stimmt. Das ist auch, ja. Das ist nicht mein YouTube-Mikro. Also, ähm. Eine Durchsage. Bitte kommen Sie an Katze 2. Den Weg auf da. Ich glaube, dass es... Irgendwo dann noch was gibt. Top Genesung. Ich weiß auch, dass wir jetzt noch nicht fangen können. Hallo. Jetzt gehen wir ja schnell alle aus dem Weg, bevor die doch kämpfen wollen. Oh, hi. Hi. Na? Jetzt hat er noch roten Edelstein drauf. Vielleicht wird das hier eingesperrt. Dann heiden wir uns mal vorher. Vorher ist noch irgendein Kampf passiert. Das muss doch nicht voll sein. Hallo. Du bist nur hier reingekommen, um ein Pokémon zu retten? Ich verstehe unser Boss nicht. Ich habe ihn nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich ungeheilt hier rein? Wir ziehen weg neben uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleiner Ratsch legt er in Begleitung am See. Eine Lounge müsste er haben. Okay, dann zeig mir, was du hast. Ich glaube, dass es gleich weg ist, was du da hast. Ich muss einen Plowdergeil nehmen. Um safe zu wechseln oder vielleicht sogar noch einen Pokémon zu heilen. Genau, ein Pokémon kann ich noch heilen. So, ein Pokémon heilen. Und zwar nehmen wir Sophie. Und stärken uns mit Antikraft, wenn wir noch eine haben. So. Und Antikraft. Ich muss sagen, vierte Chen, Verwirrung. Da kommst du am meisten in Staffan weg. Oha! Ich habe es geschafft beim ersten Mal. Kommen wir jetzt noch alle Bus? Natürlich, das kriege ich natürlich nicht. Aber jetzt Vergiftung, oder? Nee. Aber jetzt Verwirrung. Und jetzt werde ich vergiftet. Ja, Verwirrung ist einfach... ...zu stark. Drei Mal hintereinander. Möchte mich das... ...koller verarschen. Was hat denn das für... ...Drogen genommen, das mit... ...so ne Verwirrung machen kann? ...oder welches Item hat das bitte schon dabei? So, endlich bin ich mir verwirrt. Ich muss mal Ruhrort eingesetzt, damit ich meinen Fluchttyp verliere. Oha! Och neee! Ich dachte, ich wäre schneller. Darf ich raten? ...drei Mal hintereinander Verwirrung. Oha! Noch ein Hit... ...dann ist das Golbert schon mal da. Ich finde, das ist sowas schon ekliger zu spielen. Auch wenn das jetzt nicht vergiftet, das... ...trotzdem mit der... ...Koostrahl ist echt... ...blöd zu kämpfen dagegen. Wir haben Level 37... ...und... ...ähm... ...hoffen. ...nehm... ...nehm... ...aber die... ...auch wenn das jetzt nur normaleffektiv ist. Wegen... ...Tü... ...web... ...das kann Spukball... Zum Glück sind wir Spezialdefensiv. Noch mal ein Spukball... ...nice. Sieht mir genau... ...22 KP ab. Okay. Dann nehme ich einfach Appetit. Dann drag ich, glaube ich... ...10 oder 11 KP. Oha... ...no. Aber wieder Verwirrung. Ah, wir treffen... ...nicht. Aber jetzt... ...treffen wir... ... IX die... ...nen Kabel ist jetzt... ...imas... ... oder dann... ...und als der Strecke... ...und dannвол... der Ch portfolio Namнойnu... ...her kursen ... ...und dann... ...und dann... Wir müssen jetzt schnell sein, oder? Und einfach so quack. Gehen wir auf Sophie. Und das ist dann P-Frag, Tief, Luft, Schnitt. Vielleicht sind wir sogar noch schneller. Das Rucksack hat aber das gleiche Level wie der Boss. Killen wir es noch? Glaub nicht. Ganz knappes Fliegen. Er wird jetzt hochheilen, oder? Also ich bedickte jetzt mal drauf, dass er hochheilen wird. Deswegen gehe ich nochmal auf Luft, schnell. Ich hätte mich doch für eine Heilung entscheiden sollen. Dann gehen wir auf Leon. Und einen Drakklau. Unnummern der Deutsch-Moroder. Wir sind auf jeden Fall nicht schneller, das kann ich schon mal sagen. Armee, komm, hilf mir. Komm mit dein Hage und Hage ist weg. Also Hage haben wir draußen. Wir müssen jetzt nur noch die Runden abwarten. Oh, das reicht sogar schon. Ah, noch eine Runde, okay. Jessie, ich spüle das Vieh weg. Das kann sogar schneller sein. Okay. Aber jetzt reicht Hage aus, oder? Ich will das nicht verstehen. Ich muss das so wenig Leben haben. So einen Zentimeter können wir messen. Ja. Ein Millimeter. Stark, glaube ich, würde ich sagen. Ah. Warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen Pokémon, mit den drei Pokémon, was du willst. Drücke den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Okay. Ich gehe da mal, ja. Tschüss. Ähm. Ich könnte euch jetzt retten, aber was da passiert, werden wir am nächsten Platz sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Oder Verbesserungsvorschläge mal in die Kommentare schreiben. Und tschau.